Das machen Leute auch, die wirklich auch eigentlich total gut aufgestellt sind, die einfach diese Situation akzeptieren. Ich glaube, das ist natürlich eine Sache, dass die Leute es sich leicht machen. Es ist doch als Unternehmer und als Selbstständiger deine Verantwortung hinzugehen und die Ursachenposition einzunehmen. Oder nicht? So, wir haben ja gerade im Vorfeld schon gequatscht und dann dachten wir uns, wir müssen jetzt einmal kurz umziehen ins Podcaststudio, weil wir haben ein geiles Thema heute. Und zwar ist mir extrem aufgefallen, wie schnell bestimmte Zustände oder bestimmte Situationen von selbstständigen Unternehmern akzeptiert werden. Beispiel, aktuelle Marktphase. Also, ich schwöre es dir, unser Vertriebsteam gibt Vollgas, so wie es sein soll. Und wir hören eigentlich jedes Gespräch immer das Gleiche. Es ist wie so ein Mantra, was die Leute sagen. Die ganze Zeit so, ja, der Markt hat sich total verändert, die Zinsen sind gestiegen und es ist einfach total schwer geworden, Käuferanfragen zu finden, bla 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 bla. Immer das Gleiche. Aber wenn man reinhört, wirklich handeln, tun die Leute absolut nicht. Was will ich damit eigentlich sagen? Ich will damit sagen, die Situation wird akzeptiert, egal welches es ist, ob es jetzt der Markt ist oder auch andere Situationen im Business. Und anstatt Wege zu finden, ja, zu optimieren, zu verbessern, weiterzuentwickeln, sodass zum Beispiel der Markt nicht mehr so starke Auswirkungen auf mein Business hat, wird einfach, ja, wird es akzeptiert. Was sagst du dazu? Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich stelle mir dann tatsächlich die Frage, was wird, was ist das? Was ist das? Ist das, das ist tatsächlich ja so ein Thema, wie es ist, wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich einen Grund zu finden, warum geht es mir gerade nicht gut. Ja. Und was ich auch immer wieder feststelle, das ist eigentlich völlig egal, ob das im Privaten oder im Geschäftsleben ist, ist es halt so leicht. Es ist der Weg mit dem geringsten Widerstand am Ende. Es ist halt so einfach. Guck mal, der andere, der hat ja, keine Ahnung was, super viele Kontakte, der hat ja schon irgendwie, der ist ja besonders. Nee, aber das machen Leute auch, die wirklich auch eigentlich total gut aufgestellt sind, die einfach diese Situation akzeptieren. Und ich glaube, ich glaube, das ist natürlich eine Sache, dass die Leute es sich leicht machen, ja, aber ich glaube zum Teil, dass es auch Blindheit ist und absolut fehlende Wahrnehmung für die Situation. Ja, weil, natürlich hat sich der Markt verändert, aber es ist doch als Unternehmer und als Selbstständiger deine Verantwortung hinzugehen und die Ursachenposition einzunehmen. Oder nicht? Und ich glaube, viele checken das gar nicht, viele glauben gar nicht und das ist wirklich so, also viele glauben gar nicht, dass es überhaupt Wege und Mittel gibt, die die Situation verbessern können. Aber lass uns doch mal, also ja, absolut, ich stelle mir die Frage, ist das nicht auch so ein bisschen so die Jammermentalität der Deutschen, jetzt mal so ganz ehrlich zu, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere bei den Maklern, da war das ja in den letzten Jahren immer so. Also ich erinnere mich noch gut an, am Anfang, das war so 2000, ich glaube Immobilienscout ist gekommen so Ende der 90er, 98, ich bin mir nicht ganz sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, aber irgendwo so Ende der 90er haben die so langsam ihre Tore geöffnet. Da haben natürlich alle gesagt, komm, das gibt nichts, das wird nichts, immer noch Anzeigen, Printanzeigen und so weiter. Ich weiß noch, wir haben damals Bildanzeigen im Bonner Generalanzeiger gemacht, ja, mit der ganzen Immobilienbörse, richtig ganze Seite und so weiter. Da gab es aber Immobilienscout schon. Dann ging die große Motzerei los, Immobilienscout und die machen uns das ganze Geschäft kaputt, weil die auch die Privaten so, das war immer so eine Phase. Es gibt ja immer irgendwas. Genau, dann kam Mitte der 2010er kam, also 2008 hatten wir ja diese Lehman-Crisis, da war auch natürlich Holland in Not, also eigentlich Deutschland in Not, da ging ja auch gar nichts mehr und wir haben trotzdem verkauft. Dann Mitte der 2010er kam das Thema Bestellerprinzip Vermietung, das heißt also der Mieter, der nicht mehr bezahlt, sondern der Vermieter musste von jetzt auf gleich bezahlen. Oh Gottes Willen, was war da los? Er hat ein Riesensterben. Und so geht das ja im Prinzip permanent. Das geht ja permanent so und es ist immer die gleiche, immer das gleiche Muster. Entweder ich gebe auf, mache meinen Laden zu oder ich lasse mir irgendwas einfallen. Aussitzen halt meistens, einfach ja, ich warte mal ab, mal gucken, wo das hingeht und dann fangen die hier an irgendwie, ja, Krieg da, Krieg hier und da und sich irgendwie durchschlagen. Die schlagen sich irgendwie durch, die Leute und am Ende, am Ende ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Erstens ist es die Verantwortung eines jeden Einzelnen und ich glaube, da muss man mal drüber nachdenken, was heißt denn eigentlich Verantwortung, ja, also was ist das? Ja, warte, bevor du das machst, will ich eine Sache noch sagen, weil ich glaube gar nicht, dass das ein Problem der Makler ist, das ist ein Problem der Gesellschaft, der Gesellschaft, aber vor allem natürlich auch von Selbstständigen und Unternehmern. Weil es gibt ja immer eine Sache, wo man, dem man der Situation die Schuld geben kann, ne, jetzt vor anderthalb Jahren waren es, ja, uns fehlen die Verkäufer, ja, jetzt fehlen die Käufer, so, aber ich will das auch nicht pauschalisieren, weil ich würde sagen, es gibt immer einen ganz guten Prozentsatz an Leuten, die fähig sind und die weiterhin Business machen. Und was ich mich frage ist, wenn so ein Makler, der dem Markt die Schuld gibt und der einfach keinen Erfolg hat, ja, der hat dieses Jahr drei Objekte verkauft, so, oder lass es vier sein, hat ein paar tausend Euro gemacht, ja, aber nichts, wovon du ein Business tragen kannst und führen kannst. Aber der sieht doch, dass es genauso gut auch erfolgreiche Makler in Deutschland gibt, ja, der, die einfach weiterverkaufen, wie, als wäre nichts passiert. Ne, das sieht er nicht. Aber ich frage mich, warum? Weil das einfach, weil das eine Wahrnehmungsstörung ist. Das ist eine Wahrnehmungsstörung, Leon, das ist wirklich so. Die Leute sehen das nicht. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, das ist eine Störung, wirklich, das ist eine Störung der Wahrnehmung. Und die Person, der geht es schlecht, ja, der geht es schlecht. Aber die Person ist nicht in der Lage, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, warum geht es mir denn eigentlich schlecht. Weil diese Krise, nennen wir sie jetzt mal so, sein Unternehmen war ja vorher schon wackelig. Sein Unternehmen, das hat ja vorher nicht, und ich mache das Ganze jetzt über 35 Jahre, bei mir ist auch nicht immer alles glatt gelaufen. Und ich habe auch nicht immer alles richtig gemacht, ja. Und ich habe auch auf die Nase bekommen. Aber, weißt du, eine Sache, eine Sache, die ich tatsächlich immer irgendwo geschafft habe, auch wenn es hart war, auch wenn es wehgetan hat, auch wenn ich durchs Tal der Tränen gehen musste manchmal. Aber ich habe nicht die Schuld auf andere geschoben. Sondern ich habe bei mir angefangen und habe gesagt, da hast du oberdicke, fette Scheiße gebaut. Ja. Ja, das war dein Fehler, ja, ob das, weiß ich, ein Steuerberater war, der einen Fehler gemacht hat, der sagt, boah, scheiße, hast du den falschen Steuerberater gewählt. Das war mein Ding, weißt du, so, ne? Ja. Oder sonst, weißt du, völlig wurscht. So, das ist, glaube ich, mal das Erste. Es ist eine wirkliche Störung der eigenen Wahrnehmung. Einfach nicht sehen, noch schlimmer. Die können es nicht sehen. Ich habe ja gesagt, Blindheit. Du guckst in den Spiegel und alle anderen sehen, du hast einen dicken, fetten Pickel auf der Nase. Ja. Aber der sieht das nicht. Der sagt, wieso ist das alles in Ordnung? Ich habe keinen Pickel auf der Nase. Aber alle anderen um dich herum sagen, ey, du hast doch einen Pickel auf der Nase. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Ding, das ist ja wie im Privatleben, ne? So, weißt du, wenn man so ein bestimmtes Thema am Start hat oder im Business irgendwas läuft und jetzt kommt ein anderer, sagen wir mal, ein Freund und der drückt dir jetzt da einen rein, ja? Das tut schon auch weh, ne? Das tut schon auch weh. Ja, das Problem ist ja, aber das passiert nicht. Weil die treffen sich dann oder sind in ihrem Netzwerk, kennen andere Makler und das ist Gruppenjammern. Genau. Das ist Gruppenjammern. Ja, warum? Das heißt, es ist auch immer die gleiche Antwort, wenn wir mit den Leuten sprechen. Ja, und hier, die Leute, die ich kenne, denen geht es ja genauso, weil die es auch falsch machen. Genau, weil die es auch falsch machen. Das ist halt Gruppenjammern. Genau, das ist wirklich, und das ist wirklich, das ist so krass, das ist so krass, das ist, man könnte da manchmal dran verzweifeln. 100 Prozent. Aber das tun wir natürlich nicht. Nein, wir verstehen das ja, aber was ist, aber das Problem ist ja, der, schau, wenn du den Pickel auf der Nase hast, du siehst den aber nicht. Und da kommt jetzt aber jemand, der sieht das, der ist dann in dem Moment ja für dich eigentlich eine Art Feind, weil der sagt mir, der will mir hier irgendwas andichten, der will mir hier irgendwas reinhauen. Ja, klar. Wahrheit. Und die Wahrheit, die tut halt wirklich, wenn du ja selber nicht siehst, dass so ein Pickel auf der Nase hast, dann tut ja die Wahrheit, doch, doch, guck doch mal hin. Komm, und jetzt packst du den am Kopf und jetzt drückst du den und das spritzt schon. Ja, das spritzt eigentlich schon. Und der sagt, nee, bei mir ist alles in Ordnung, ich kann das nicht sehen. Ich kann das überhaupt nicht sehen, weil jetzt fängt der an, nämlich denjenigen, der ihm das sagt, zu sagen, der spinnt, der hat so doch nicht mehr an. Der ist doch ein Spinner. Ja. Der ist doch ein totaler Spinner. Ja, absolut. Der ist doch doof. Der, 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 also den, so. Und das ist halt, weil die Menschen sich gerne umgeben. Oder, oder warte, eine Sache zu dem Punkt. Oder der sagt, der sagt nicht, ach, das stimmt ja nicht oder bla, 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 ne, sondern, ja, weiß ich ja alles schon. Sie glauben, die Lösung schon zu haben. Genau, sie glauben, die Lösung schon zu haben. Hatte ich jetzt letztens einen Call, ja, so, ja, ich, ach, das weiß ich ja alles, das kann ich alles. Okay, warum hast du dieses Jahr nur 50.000 Euro Umsatz gemacht? Wir haben den 11. Oktober, Mittwoch, 11. Oktober, den 10. Monat im Jahr und du hast 50.000 Euro Umsatz gemacht. Was hast du das ganze Jahr gemacht, wenn du alles weißt? Genau, das haben wir mit einer Immobilie. Du kannst es einfach nicht, Punkt. Ja, das triggert jetzt natürlich sehr viele an. Genau. Und, und das ist, das ist halt so dieses krasse Thema, ne. Das heißt, die Menschen umgeben sich halt unheimlich gerne mit Leuten, die tiefer sind als sie. Das ist der Punkt. Die Leute trauen sich nicht, sich eine Umgebung zu schaffen aus Menschen, die besser sind als sie. Ja. Weil das ist unheimlich krass. Unangenehm auch erstmal. Wenn du, guck mal, du bist 24 und du sagst mir irgendwas. Jetzt, okay, jetzt bist du mein Sohn, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber, aber schon, wir hatten ja die Situation jetzt vor kurzem. Du hast mir was gesagt und ich komme zu dir und ich respektiere dich. Und ich sage, was willst du, 24-jähriges Jüngelchen, du bist mein Sohn. Ja. Hallo, was willst du mir denn sagen? Lass uns das nochmal aufgreifen. Es geht ja nicht um das Thema, sondern es geht um, wie habe ich mich dir gegenüber verhalten. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesen-Learning für diese Podcast-Folge hier. Weil ich, ich kenne da meine Pappenheimer. Und es ist völlig egal, welches Thema. Da kannst du Sport nehmen. Wir hatten es gerade eben doch ganz interessant. Wir haben hier mit, mit, mit unserem, mit einem Büro-Talk gehabt. Mit einem, mit einem Asset-Manager. Ja. Du hast es ja beobachtet gerade eben. Die Umgebung zu schaffen mit Schlechteren oder, du hast es gerade gesagt, mit Jammern. So, und was wäre denn richtig? Lass uns doch mal genau das aufgreifen. Was wäre denn richtig? Ja, erstmal sich mit Leuten zu umgeben, die schon da sind, wo man gerne hin will. Punkt Nummer eins. Oder von denen man einfach Wert schöpfen kann. Punkt zwei. Immer die Ursache bei sich selber suchen. Und anstatt Gründe zu finden, warum es nicht funktioniert, Wege zu finden, wie es funktioniert. Ja. Und extrem konfrontationsstark zu sein. Ja. Also auch bei der Wahrheit ins Auge blicken. Es können uns zwar egal, wer einem die Wahrheit zeigt. Genau. Ja. Weil, ne, es gibt halt viele Leute, die können einem die Wahrheit gar nicht zeigen, weil denen selber die Konfrontationsfähigkeit fehlt, um anderen die Wahrheit sagen zu können. Das sind dann diese Papageien, die sitzen auf der Schulter und sagen zu allem Ja und Amen. Also keine Ja-Sachen. Das sind Mitläufer. Und ich finde, weißt du, wenn ich so manche Leute höre und sage, ja, I don't know. Weil dann dürfte ich von dir, ja, als meinem Sohn niemals mir irgendwas sagen lassen. Sondern der Punkt ist, hast du Fähigkeiten, also hat die Person, wer auch immer jetzt wie das ist. Und setzt sie auch um. Genau. Hat die Fähigkeiten und setzt sie auch um. Und da ist es mir doch vollkommen egal, ob die Person jetzt, keine Ahnung was, beim Marathon schneller läuft als ich. Ja, das spielt da keine Rolle, sondern mir geht es um diesen einen Skill jetzt gerade. Zum Beispiel Verkaufen oder Konfront. Kannst du gerade, hast du auf ein Thema einen Blick drauf, wo ich jetzt gerade in dem Moment nicht den Blick drauf habe? Ja, das ist perfekt beschrieben. Wo ich jetzt gerade nicht den Blick drauf habe, ja. Und es ist auch völlig egal, ob das jetzt Prozesse sind. Und wir betteln uns ja auch. Das kann man ja auch offen so sagen. Wir betteln uns, weil du bist halt eben kein Ja-Sager, ja, sondern du hast deine eigene Meinung, du stehst für deine eigene Meinung. Bin ich ja froh, dass das so ist, ja, weil irgendwo hast du das ja her, ne, das ist ja schon wieder eine gute Sache. Aber genau darum geht es. Du bist halt eben kein Ja-Sager, umgekehrt genauso. Und wen brauche ich denn als Unternehmer? Was für ein Umfeld muss ich mir denn als Unternehmer, als Immobilienmakler aufbauen? Ja, genau das, genau das, was du gerade gesagt hast. Genau, ja. Brauche ich da den Typ, der mir die ganze Zeit auf die Schulter kloppt? Ich finde das immer so geil beim Thema Webseite, ja, neue Webseite. Man will eigentlich ja jetzt nur hören, boah, das, also, boah, so geil, du bist so toll, ja, du bist so krass. Natürlich ist Bestätigung krass. Ist Bestätigung was Schönes. Ja, wenn sie angebracht ist. Genau, Lob und Anerkennung mag man, das ist ja gar keine Frage. Ist ja auch wichtig und soll man ja auch kriegen, wenn man etwas wirklich, wenn das Fakt, also, wenn das sinnvoll ist in dem Moment. Man darf ja die Wahrheit auch nicht, das ist, glaube ich, ein guter Ausspruch, der hier reingehört, ist, weißt du, die Wahrheit muss man ja nicht verwechseln mit Taktlosigkeit. Sehr gut gesagt. Man kann ja, man kann ja die Wahrheit sagen, aber man muss ja nicht jemandem ein Loch in den Kopf schießen dabei, ja. Okay, im Live-Call, da bin ich auch schon mal sehr, sehr straight, weil manche Sachen gehen halt einfach nicht. Ja, aber auch nur dann, wenn sie Sinn machen und wenn sie angebracht sind. Korrekt, ne, aber die Menschen, also, wie gesagt, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, ja. Es gibt ja auch in den unterschiedlichsten Branchen einfach Dinge, wo auch die Wahrheit gesagt wird, aber da verwechselt man die Wahrheit mit Taktlosigkeit, ja. Also, so nach dem Motto, weißt du, so, wenn ich was jemandem sage, Leon, das weißt du auch, dann heißt das nicht, die Person ist schlecht, ja. Ja, oder Taktlos der Person gegenüber oder Respektlos oder zu sagen, die Person ist einfach Kacke, sondern es geht ja um die Sache. Es geht um die Sache, du machst da einen Fehler, jetzt bist du das in Persona, ja. Also, du machst natürlich den Fehler, aber deshalb bist du auch kein schlechter Mensch, du kannst es ja lernen, wie es richtig geht. Absolut. Ja, aber ich kann nicht hingehen, nur weil jetzt eine Person dünnhäutig ist oder einfach ein viel zu großes Ego hat, ja, darauf jetzt Rücksicht nehmen, weil die sich persönlich angegriffen fühlt, aber ich sehe, der läuft gerade wirklich sehenden Auges oder mit Vollgas im sechsten Gang bei 280 fährt der den Berg. Hat wahrscheinlich kein Auto, was 280 schafft, aber… Siehst du, das ist ja dumm, das ist ja so krass dumm und das ist etwas, was wir halt tun, ja, wir sagen einfach die Wahrheit, ja. Und ich kann ein Beispiel nehmen von unseren Kunden, wo einer wirklich in drei Monaten drei Aufträge gemacht hat, ja, aber der hat dann aber auch die Ehrlichkeit, mir gegenüber zu sagen, hey, pass mal, ich habe Scheiße gebaut, ja, ich habe irgendwas, ich weiß es noch nicht mal, ich verstehe es noch nicht mal, was mache ich falsch, ja. Und dann rede ich mit der Person oder du, wir beide und erklären der, was sie tun muss und auf einmal macht die Person, ein und dieselbe Person, die drei Monate lang jeweils jeden Monat nur einen Auftrag angeholt hat, macht die Person auf einmal in einem Monat zehn Aufträge. Und das sind Fakten, ne, übrigens, wer uns auf Instagram folgt, kriegt das auch mit, wenn diese Dinge, ne, also wir posten das ab und zu nicht alles, aber ab und zu kriegt man das mit, ne. Oder ein anderer Kunde sagt, der hat ein Objekt verkauft, 2,8 Millionen in drei Wochen exakt nach der Busbach-Methode. Und er sagt, das war eigentlich noch gar nicht mal das Ding, weil das könnte man noch abstempeln in Richtung, ja, okay, das war jetzt mal so ein besonderer Ausnahmedeal, ja. Okay, geschenkt, mag sein, aber eine Sache nicht und das war die Kernaussage, der sagte, ich hätte noch nicht mal unter normalen Umständen die Provision bekommen, die ich bekommen habe, weil ich wäre schon in der Verhandlung, im Einkauf, also in der Objektakquise, das war in 170K, ne, an 168, genau, bin ich eingeknickt, weil der Verkäufer weniger Provision zahlen wollte. Ja. Und er ist aber stabil geblieben, weil er unserem Leitfaden gefolgt ist und hat deshalb halt das volle Thema durchgezogen. Und das ist das Game, um was es hier geht, ne. Also das sind, das geht am Ende ums Wie und nicht ums Was. Ja, genau. Also viel, um die praktische Ausführung. Ja, und mir ist eine Botschaft halt total wichtig, der Punkt hört einfach auf, da draußen aufzugeben, weil es liegt daran, ja, die Leute arbeiten einfach nicht nach dem System. Ja. Keine Prozesse, keine Struktur und, also dazu gehören ja Leitfäden, klare, klaren Weg, brauchen wir nicht in der Tiefe. Genau, brauchen wir nicht. Aber mir ist eine Botschaft total wichtig. Und das weißt du, obwohl du jung bist, aber du hast es wirklich gelernt in den letzten Jahren, egal in welcher Situation man ist, egal wie scheiße es gerade läuft, die Botschaft ist, du kannst immer was machen. Immer. Du kannst immer was machen. Immer. Und da ist mir einfach wichtig, das versteht einfach da draußen, hört auf, im Außen die Lösung zu suchen. Im Endeffekt, die Lösung ist in dir drin. 100 Prozent. Und wenn du es aber nicht weißt, dann ist es halt ziemlich cool, wenn man, ich nenne es mal Ratgeber, wenn man Menschen um sich herum hat, die ehrlich sind, die das Business verstehen, die wirklich wissen, wie es geht. Und da ist auch Marketing nicht die Lösung, Marketing ist die Bekanntheit, sondern hier geht es wirklich darum, ist das jemand, der in der Lage ist, mir ein System, ein Konzept, eine Struktur an die Hand zu geben, die wirklich erfolgreich ist. Und bleibt die Person auch dabei oder ist der Person dann im Endeffekt scheißegal, ob du oder ich, ob es wirklich umgesetzt wird. Und das ist ja uns nicht egal, sondern wir wollen ja, dass die Leute umsetzen. Also, hey, gute Botschaft da draußen ist, Arschbacken zusammen, nicht nur es gibt Hilfe, sondern Arschbacken zusammen, du selbst kannst irgendwas machen. Und es ist immer noch besser, überhaupt irgendetwas, also wie heißt das so schön, ein schlechter Plan umgesetzt, ist immer noch besser. Als, was weiß ich, der beste Plan, der niemals umgesetzt wird. So sieht es aus. Das ist ein Abschluss, oder? In diesem Sinne. Infobox kriegt ja alles drum und dran. Genau. Rucht euch ein Gespräch und wir sehen uns. Ciao. Rантします. Schöpfkamp Ring 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 Untertitelung des ZDF, 2020